Guten Abend, hallo. Guten Abend. Wir lassen uns leider fürs Bewegteil, denn da bewegt sich leider ein bisschen zu wenig bei uns, weil wir sind relativ eng. Aber wir haben trotzdem Spaß. Hallenitz, schönen Abend. Ja, schönen Abend. Also mindestens auch schönen Abend. Ja, schön, dass ihr da seid, meine Freundes. Okay. Sieht doch hier viel. Ich sehe gar nichts. Die Gäste sind gut aus. Was macht ihr da jetzt gerade? Du musst mir das jetzt mal erzählen. Nee. Ich nehme es. Schreibe. Das ist jetzt ein Sonnenstrahl von der untergehenden Sonne in Afrika. Und der klebt für den guten Zweck, für die Flying Doctors. Genau. Und als Motiv haben wir uns natürlich was rausgesucht, das zum Thema passt. Aber noch verraten wir nicht, was es wird. Ich glaube, man wird es nachher sehen. Also es soll ja spannend bleiben. Du hast ja gesagt, es wäre Sonne. Genau. Also wir haben hier ganz abstrakt einen Sonnenuntergang. Den afrikanischen Sonnenuntergang. Das war jetzt mein Beispiel. Genau, richtig. Der Walker hat mitgemacht. Zeig mal, wenn wir jetzt mal mit der Walker nochmal auf ihr Meister wegziehen. wenn wir jetzt weggehen, wenn wir uns wieder seitdem und wo wir jetzt bleiben, dann schalten wir jetzt mal und dann Nolan her.